Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Vor etwas über einem halben Jahr habe ich hier ein Video veröffentlicht, wo ich meinen Fluchtrucksack vorgestellt habe, der zwar sehr viel nützliches Zubehör enthalten hat, wo allerdings das Problem war, dass er erstens sehr sehr schwer war am Ende und zweitens sehr voluminös. Die Resonanz auf das Video war durchweg sehr positiv, ich habe also viele Likes dafür bekommen. Aber auch einige negative Kommentare. Und an der Stelle erstmal vielen Dank auch für die negativen Kommentare, ganz einfach aus dem Grund, weil sie mich auf Punkte aufmerksam gemacht haben, wo ich selber nicht dran gedacht habe. Zum einen hatte ich sehr viele Werkzeuge dabei, die sich quasi untereinander ja nicht ergänzt haben, sondern die einfach doppelt vorhanden waren. Und auf der anderen Seite hatte ich etwas zu wenig Nahrung dabei. Das Hauptproblem, wo sich aber viele dran gestört haben, war wirklich die Größe des Rucksacks. Denn eines der Kommentare war beispielsweise, dass man ja eventuell mit einem Bus evakuiert wird und dieser riesige Rucksack, der würde unheimlich viel Platz wegnehmen. Voll und ganz richtig, habe ich tatsächlich nicht dran gedacht. Und an der Stelle, wie gesagt, nochmals danke auch für diese Kommentare, denn die helfen auch mir, mich weiterzuentwickeln. Nichtsdestotrotz habe ich mir dann Gedanken gemacht, was könnte man denn stattdessen nehmen, also anstelle eines großen Rucksacks. Und da ich mich nebenbei für den Anglerschein interessiere, bin ich auch auf das Thema Angelwesten aufmerksam geworden. Und ja, hier ist mal so eine Angelweste und die zeichnen sich einfach dadurch aus, dass sie halt unheimlich viele Taschen haben, in denen man alles Mögliche verpacken kann. Also in erster Linie normalerweise Köder, Gewichte, Angelschnur, also alles, was man so für das Angeln halt benötigt. Aber man kann das Ganze natürlich auch zweckentfremden, wenn man sagt, man baut sich keinen Fluchtrucksack, sondern eben eine Fluchtweste. Und der Vorteil ist hier ganz klar auf der Hand. Zum einen trägt die halt nicht sehr auf, man zieht die sich einfach über die normale Jacke, die man ohnehin schon anhat. Zweitens hat man alles direkt am Körper, also direkt griffbereit und man muss nicht erst den ganzen Rucksack entladen, um an bestimmte Sachen heranzukommen. Und dazu kommt dann noch, dass es halt, wie gesagt, enger am Körper getragen wird. Das heißt, ein Rucksack könnte einem gestohlen werden. Wenn also jemand böse gesinnt ist, kann der auf euch zukommen, euch den Rucksack einfach wegnehmen und weglaufen. Die Weste tragt ihr direkt am Körper und damit ist diese Diebstahlsicherung etwas größer. Also ihr seid eher davor geschützt, dass man euch irgendwas wegnimmt. Dann habe ich vorhin schon gesagt, dass sich diese Angelwesten dadurch auszeichnen, dass sie halt sehr viele Taschen haben. Also diese Angelweste hier, die hat jetzt beispielsweise 35 Euro gekostet. Das soll jetzt aber keine Werbung für die Firma oder die Marke sein. Es gibt auch zig andere Angelwesten, aber die hier fand ich tatsächlich sehr schön, eben aufgrund der zahlreichen Taschen, die da enthalten sind. Und ich fange mal auf der Seite hier an. Ihr seht es, also hier ist schon mal eine kleine Tasche, wo man kleine Kiten reintun könnte. Beispielsweise einen USB-Stick, der zum Beispiel alle wichtigen Dokumente von euch enthält. Dazu werde ich in der nächsten Woche noch ein Video machen, aber nur mal so als Beispiel. Außerdem ist hier ganz wichtig, es sind wirklich nahezu alle Taschen mit Reißverschlüssen versehen, die tatsächlich auch sehr gut laufen. Hier haben wir sogar die Möglichkeit, hier sind noch zwei Bänder, dass man etwas hier direkt fixieren kann. Dann haben wir hier noch eine weitere Tasche. Das ist jetzt Tasche Nummer 3. Auch hier ist ein kleines Netz enthalten, wo man wieder etwas sichern kann. Hier wäre noch ein kleines Patchfeld. Und ich habe jetzt mal einige Sachen hineingepackt. Die ist nicht komplett gefüllt, einfach nur so zum zeigen, was halt alles möglich ist. Kommen wir gleich mal hier oben hin. Hier sind so zwei Haken, da kann man sich einfach per Karabiner einige Sachen dran befestigen. Natürlich in erster Linie Sachen, die man oft braucht. Ich habe jetzt einfach mal was hier dran gehangen, aber wie zum Beispiel hier ein Victorinox-Messer. Direkt fixiert oder Paracord. Etwas Klebeband, ein Signalspiegel. Halt alle Sachen, auf die man Zugriff benötigt, kann man hier an diesen beiden Haken befestigen. Und kommen wir mal wieder zu der Tasche. Ihr seht, die Tasche, die ist etwas mehr als eine Hand groß. Also ich würde sagen, ja ungefähr so 18 bis 20 Zentimeter. Und hier habe ich jetzt zum Beispiel einen Wasserfilter drin. Und zwei Päckchen Notnahrung. Das reicht also locker für ein bis zwei Tage, je nachdem wie man sich einschränkt. Für einen Tag auf jeden Fall. Und wie gesagt, wenn man das Essen reduziert, könnte man damit auch gut zwei Tage überstehen. Man kann sich daraus einen Brei machen, man kann es trocken essen. Wirklich perfekt. Und die Tasche hier ist, wie gesagt, sehr groß. Ihr habt es gesehen, die beiden Päckchen, die eine Dicke haben von ungefähr drei Zentimeter, würde ich mal sagen, könnte man sogar übereinander hier reinpacken. Und hätte dann immer noch hier oben den ganzen Raum frei. Wie gesagt, eins, zwei, drei, vier Taschen auf dieser Seite. Dann haben wir hier nochmal eine Tasche. Da kann ich ebenfalls meine komplette Hand reinstecken. Auch von der Höhe her, weil die ist genauso groß wie dieser Bereich hier. Auch dort könnte man etwas hineinpacken. Und hier oben ist dann nochmal eine weitere Tasche. Die geht ebenfalls ungefähr eine Handtiefe hinein, bis hierhin ungefähr. Das heißt, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Taschen alleine auf dieser Seite. Ähnlich ist es auf dieser Seite auch. Auch hier ist wieder eine Tasche. Hier oben ist eine Tasche. Die machen wir auch direkt mal auf. Hier vorne wäre noch eine kleine Tasche. Hier drin habe ich jetzt einfach mal drei Schutzwesten. Das sind also drei, nicht zwei, weil hier drin sind direkt zwei Stück verpackt. Ein Multitool von Victorinox. Hier der besagte USB-Stick, auf dem man zum Beispiel Dokumente sichern kann. Und hier ist sogar noch ein komplettes Navigationsgerät mit Powerbank drin enthalten gewesen. Das alles, wie gesagt, in dieser einen Tasche nur. Und auch hier haben wir dann eins, zwei, drei, vier Taschen. Hier auf der Seite ist ein Fach für eine Trinkflasche. Das ist, glaube ich, eine 0,5 Liter Flasche. Ich weiß es nicht genau. Dürfte ungefähr 0,5 Liter sein. Mal schauen. 0,6 Liter hat die Flasche jetzt hier. Die passt hier also wunderbar hinein. Man könnte natürlich auch eine etwas größere Flasche hineinpacken. Wobei die großen Nalgeneflaschen, die passen hier nicht rein. Dafür ist das Fach hier zu klein. Aber wie gesagt, ungefähr ein halber Liter würde hier problemlos hineinpassen. Dann kommen wir zur Rückseite. Ich hebe das Ganze mal um auf die Rückseite. Denn hier verbirgt sich nochmal eine sehr große Tasche. Und ein weiterer Haken, an dem man etwas befestigen könnte. Man sieht hier hinten ist so ein Mesh-Gewebe. Das Ganze ist also wirklich auf, ich sag mal, sehr, sehr leicht konzipiert. Und in dieser großen Tasche, da kann man problemlos zum Beispiel eine Tasche mit Zunder hineinpacken. Die habe ich ja im letzten Video oder im vorletzten Video vorgestellt. Da sind verschiedene Zundermaterialien drin, also Birkenholz, selbstgemachte Anzünder, Harz, etc. Dann haben wir hier nochmal eine Taschenlampe und ein großes Messer mit 12 cm Klinge. Ein Feuerstahl ist ebenfalls dabei. Und die Tasche hier hinten, die war noch nicht komplett gefüllt. Also da hätte man noch etwas mehr reinpacken können. Und wie gesagt, das sollte ja jetzt einfach nur mal beispielhaft sein. Und ihr habt ja gesehen, wie viele Taschen tatsächlich noch leer waren. Selbst hier innen drin, ich mach das mal auf, hier innen drin sind noch weitere Taschen enthalten. Also hier ist einmal ein reines Mesh-Gewebe. Dann habt ihr hier noch eine Tasche, wo Sachen reingepackt werden können. Das gleiche auf der linken Innenseite, auch hier eine Tasche, ein Mesh-Gewebe. Auf der rechten Innenseite ist hingegen nichts. Da ist einfach nur durchgehend. Aber wie gesagt, das ist ja jetzt beispielhaft diese eine Angelweste gewesen. Und ihr habt ja gesehen, wie viel unendlich viel Platz diese Weste birgt. Und der große Vorteil an der ganzen Geschichte, wie gesagt, ist zum einen die schnelle Zugriffszeit. Also ob ich jetzt einen großen Rucksack schnappe und damit fortlaufe. Oder eben mit so einer Rettungsweste. Oder nicht Rettungsweste, das ist natürlich Quatsch. Mit einer Angelweste. Die stübel ich mir einfach über die Jacke drüber. Bin gut ausgestattet. Habe die Möglichkeiten, ja meine Überlebenszeit deutlich zu erhöhen. Und kann damit zumindest den Zeitraum überbrücken, bis das weitere Hilfe naht. Wie gesagt, das Ganze jetzt nur mal beispielhaft. Falls es euch interessiert, was man wirklich effektiv alles hier hineinpacken könnte. Außer das, was ja jetzt schon sehr sehr viel ist an Zubehör. Im Endeffekt hat man Selbstverteidigungssachen dabei. Man hat Essen dabei. Man hat Trinken dabei. Ein Medikit würde auf jeden Fall noch hier hineinpassen. Das fehlt an der Stelle noch. Man hat Zundermaterial. Man hat eine oder insgesamt sogar drei Rettungszecken. Eine Taschenlampe für nachts, wenn man nachts unterwegs ist. Ein Wasserfilter ist auch noch dabei. Und man hätte noch vieles, vieles mehr hineinpacken können. Deswegen, ich bin begeistert von dieser Angelweste. Klar, wenn man jetzt einfach nur so im Hobby unterwegs ist, würde ich das nicht anziehen. Es sieht halt einfach komisch aus, wenn man damit durch die Gegend läuft. Natürlich nicht als Angler, weil dann ist man ja quasi prädestiniert dafür, diese Angelwesten zu tragen. Aber im reinen Hobbybereich würde ich es nicht tragen. Vor allen Dingen, wenn das Ganze gefüllt ist, dann hat das schon ordentlich Gewicht. Also das, was jetzt hier liegt, das dürften so sechs, sieben, vielleicht auch acht Kilo sein. Ja, vielleicht nicht ganz. Aber wenn die ganze Jacke komplett ausgefüllt ist, dann kommt man wahrscheinlich schon leicht auf 15 Kilo. Aber dafür hat man dann auch unheimlich viel Material dabei. Wie gesagt, wenn es euch interessiert, kann ich gerne mal ein Video dazu machen, was alles reinpassen würde. Dann versuche ich auch einfach mal irgendwie einen Tab da unterzubringen oder irgendwie sowas, was einem weiterhilft. Das Medikit würde ich noch ergänzen und noch viele weitere Schönheiten. Aber fürs Erste einfach nur mal einen Überblick, was tatsächlich geht. Und ich finde, das ist wirklich, wirklich bärig. Für 35 Euro die Weste. Schaut euch mal an, wie teuer ein Fluchtrucksack ist. Wenn es ein ordentlicher ist mit einem guten Tragesystem, kommt ihr unter 100 Euro kaum davon. Aber das ist die meiner Meinung nach günstigere Variante. Und ihr umgeht damit vielen Problemen, wie beispielsweise Diebstahl oder wenn ihr im Bus evakuiert werdet oder auch im Auto, dann nehmt ihr nicht so viel Platz weg oder ihr nehmt keinem anderen Flüchtenden einen Platz weg. Von daher finde ich das schon wirklich sehr, sehr geil. Was sagt ihr dazu? Habt ihr Verbesserungsvorschläge? Habt ihr andere Ideen, die vielleicht außer einer Angelweste vielleicht noch in Frage kommen würden? Natürlich kann man das Ganze noch ergänzen. Wenn man jetzt einfach sagt, hey, ich packe mir noch einen kleinen Rucksack zusammen mit vielleicht 20 Liter, wo ich ebenfalls noch Zeug reinpacken kann. Ja, dann ist das halt eine Erweiterung. Und ich sag mal, ein Rucksack von dem Volumen, der nimmt halt nicht so viel Platz weg. Den kann man sich einfach auf den Schoß legen und dann ist gut. Im Vergleich zu meinem 120 Liter Fluchtrucksack ist das schon ein gewaltiger Unterschied. Wie gesagt, falls ihr Verbesserungsideen habt, lasst es mich gerne wissen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.